Ich bin Rebecca Trescher, Jazzkomponistin, Klarinettistin und Bandleaderin und habe hier in der Tafelhalle seit drei Jahren meine eigene Konzertreihe, wo ich hauptsächlich mit meinem Large Ensemble, meinem Tentet, Konzerte realisiere. Natürlich Konzerte mit meinem Large Ensemble, mit meinem Tentet, aber auch Musik mit kleineren Formationen, inspiriert vielleicht auch mit Musikern aus Paris, weil ich ja jetzt das letzte halbe Jahr in Paris gelebt habe. Ich präsentiere meine Musik, meine Kompositionen und es ist natürlich wichtig, es vor einem Publikum zu präsentieren und im Austausch mit Musikern zu sein. Und mein Ziel ist, in verschiedene Klanglandschaften einzutauchen, und zwar mit meinen Musikern und mit dem Publikum. Musik